Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Bargonia. Die letzte Folge endete damit, wenn ich mich richtig entsinne, dass wir die Banditen losgeworden sind. Ich erzähle jetzt kein Mist. Ich meine, das wäre so gewesen. Richtig, da liegen sie ja noch. Hallo, da sind die Leute. Genau. Ich war eigentlich schon dabei, mich zu verabschieden oder hatte zumindest mit einem Gedanken gespielt und sah dann hier, ja, das könnte knappen werden, eventuell, aber vielleicht klappt es ja und es hat geklappt. Heißt für uns, wir werden jetzt hier versuchen, dieses Gebiet für uns hier eroberbar zu machen, uns anzueignen. Ich habe hier noch fünf einfache Soldaten, die kommen weg. Dafür kommen jetzt hier entsprechende Wachleute hin. Ich hoffe, ich habe diese noch. Mach es einfach so und dann fehlen die mir. Ich glaube, die fehlen mir. Und das sein. Man, die Augen wieder größer als alles andere. Wachleute, wir brauchen Wachleute, die bekomme ich nochmal. Wo? Was ist hier los? Da muss ich mir da nichts zu tun. Wie sieht es mit Werkzeug aus? Wenn ich gerade mal in der Nähe bin. Ähm, Messer sehe ich eins. Wir haben sechs Zangen, immerhin. Ich würde mal sagen, sicherheitshalber machen wir mal so zwei Messer, damit wir da auf drei kommen. Und das wird dann auch erst mal gewesen sein. Alles weiter und später. So, wir wollten, was wollten wir machen? Wir brauchen hier Leute und ich habe da nichts. Äh, die brauchen Holzsperre. Holzsperre, Holzsperre. Das ging so die ganze Zeit hier. Die Militärakademie. Mach da mal so flugs entsprechende Leute. Ich habe ein paar Holzsperre habe ich. Sieben. Die reichen aber nicht. Ein bisschen wenig. An Holzsperren. Wo war denn hier derjenige, welche, der für die Holzsperre zuständig ist? Taverne ist im Augenblick. Ne, hier ist das weiße Teil. Ah, das ist genau richtig. Mach du mal ruhig so. 13. So. Dann wäre das soweit erstmal geklärt. Hier ist irgendwie auch nichts mehr los. Waffenschmiede haben wir. Eisen. Nicht viel, aber immerhin. Ich würde vorschlagen, wir machen mal hier so ein paar von diesen Eisendolchen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Wenn wir die vorrätig haben, sieht es hier mit der Rüstungsschmiede aus. Die produziert noch munter. Die letzten Aufträge. Und dann gibt es direkt wieder neue. So, wie sieht es hier im Militär, in der Militär, in Militärcamp, in der Militärakademie aus. Wir haben drei Eisenschilder. Ein weiteres Ausbuch auf dem Weg. Vier Kittenrüstungen. Und da ist ein weiteres auf dem Weg. Okay. Und sonst 15 Holzschilder. 16 Bronzeschwerter. Sieben Eisenschwerter. Immerhin, immerhin. Eisenschwerter. Genau. Das wäre dann das nächste Thema. Ich habe hier fünf Soldaten noch rum existieren. Und da habe ich sechs von den fortgeschrittenen Soldaten. Das heißt für mich, ich würde ganz gerne. Das müsste, äh, wird ein bisschen knapp. Das müsste gehen. Ich mache mal hier so. Nein. Moment. Falsch. Ah. Könnte ich noch gar nicht. Die. Mann. Die Elite-Soldaten kann ich mir noch nicht leisten. Ich habe noch nichts im Stahl. Streitkolben untergleichen. Ne, ne. Witteran Soldaten. Genau. Da bräuchte ich mal so fünf. Dazu eigentlich zehn. Eigentlich zehn. Aber naja, gut. So. Schauen wir mal. Äh. Im Militärcamp hier sind fünf normale Soldaten anwesend. Ich habe hier einen Waldläufer rumhängen. Ähm. Die Klingentänzer. Habe ich jetzt hier nicht gesehen. Oder habe ich mich übersehen. Ne. Dann werden die Klingentänzer sehr wahrscheinlich in der Abenteuergilde entsprechend ausgebildet. Ich habe es gesagt Eisendolche. Ne. Das ist schon Stahl. Das heißt, der bekommt eine leichte Rüstung. Habe ich. Habe ich leichte Rüstungen. 16. 16 leichte Rüstungen. Das ist noch nicht schlecht. Äh. 16. Schneiderei. Dann mach doch bitte mal. Und hier die leichten Rüstungen. Ach, da bitte mal so vier. Damit wir doch 20 kommen. So. Schöne Runde zahlt. Nicht ganz gut. So. Äh. Ja. Dann. Was brauchen wir sonst noch? Im Prinzip alles. Ein markierter Dieb hat. Äh. Ein markierter Dieb. Ein maskierter Dieb hat uns was gestohlen. Ich habe hier zehn Waldläufer rum existieren. Ähm. Dann wird gerade noch gesehen. Die Abenteuergilde ist es schon wieder weg. Der Dido da. Die brauchen fackeln. Da habe ich vier. Ein Waldläufer ist da. Aber dann machen wir noch vier. Dann haben wir noch fünf. In Reserve. Und Banditen greifen auch schon wieder. Ja. Das ist äh. Nicht so toll. Das ist ja nicht so toll. Gut. Gut. Wenn wir dies wie es ist. Hilft ja nix. Ähm. Wegetechnisch. Wie sieht das hier wegetechnisch aus? Ich gehe da einigermaßen was hin. Dann würde ich sagen. Wenn wir da Banditen haben. Dann würde ich hier ganz gerne ein Wachtturm hinsetzen. Zumindest schon mal einen. Mehr sind immer willkommen. Dann mach ich jetzt hier schon mal einen hin. Da so. Okay. Dann mach ich hier nicht rum. So. Äh. Gerne eigentlich wachen. Aber nein. Ich brauche erst mal hier irgendwie nicht. Vielleicht auch nicht so unbedingt ganz gerne. Nein. 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 rocket. Nicht. Ach so. Ne. Moment. Das sind jetzt. Ah. Ja. 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 Okay. 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 Oh. nee dann muss ich dann ganz andere wege ich brauche hier die draufgänger braucht die drauf genau mit silber gegen und leichter rüstung was haben wir hier magische klinge nähert nicht aber hier die kollegen aber jetzt wenigstens 10 kriege ich genau habe ich hier jetzt okay die sind da das ist cool dann können die kollegen sich ganz gerne und ist da hinten noch immer man da so gehen wenn die sich hier aus proben wie sieht es jetzt hier aus da hab ich zehn soldaten das ist schön brauche ich hier weitere soldaten das wäre die frage aller fragen oder bin ich besser beraten wenn ich mit wachen arbeit wird zumindest kurzfristig ich glaube ich die aufbachen ich noch entsprechende sperre eine holzflöte nichts zu tun hat ich war noch ein laubholz ins baum der da oben steht und das überlaufen sind ja voll nun gut nun gut wir haben uns da hat zwei sind warum ich das nicht weil ich macht insgesamt 3 moment ich werde ich jetzt hier kurzzeit gedächtnis bis nicht wieder im stich zwei sind unterwegs 13 noch im baum mit zehn eigentlich dann darf ich kommen wenn ich das richtig überschlage ich kann aber auch gerne noch mal hingehen und sagen hier nicht was dann noch mal kommt wir lassen uns nicht dünken ich war das war ich wollte er muss übertreiben ich schau mal so das heißt also hier können die dann demnächst ebenfalls die schön nicht dass ich hier dann so ein bisschen um tun dass ich die gemüsefarm da sehe ich man bieten anrücken und sind zwei kümmern euch doch immer so ein bisschen drum dann schauen wir mal sehr gut zwei banditen weniger keine verluste auf den eigenen in den eigenen rein dann angriffspunkt zurück aber wir könnten vielleicht hier so eine patrouille machen wäre vielleicht nicht verkehrt wir von da banditen kommen das vielleicht eine maßnahme die man sich da überlegen sollte gut ja da wird im augenblick der wachtturm hochzogen ich benötige silber sehr gut moment augenblick silbererz bergbau oh mein gott silbertagebau wir bräuchten da bitteschön eine entsprechende das geht im wegen uns oder das mal so eine sache sich das würde so nicht klappen da würde ich mir alles verbauen auf dem ersten blick gesehen dann setze ich das dem besser hierhin wie sieht es hier mal stein auch nicht verkehrt stein 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 und da ist ein bisschen kohle anders machen wir das mit der kohle an so und wegen bliege und so weiter hier das ist nicht gut so ist besser so nach an wie möglich da an diesem die norik und jetzt nicht noch mal die kohle und hier machen wir dann direkt daneben ja geht auch so nicht von wegen wegen und so jetzt macht nichts halbes und nichts ganzes hier so was war schon wieder los und die begreiften jetzt an irgendeine kräft mal an hier und wegen gezaubert ganz gut aus die dürfen kohle abbauen da so dann bräuchten wir eine schmelze ich bin nicht hier nicht da eine schmelz hütte die ich hier nirgendwo unter kriege hier so das würde zur not auch hin da würde ich mir wege technisch alles verbauen und ich weiß nicht ob das gut ist wie sieht es nicht mehr daraus machen wir doch einfach hier hin so schnell zu tut kein gold kann man eisen aber silber machen sollen es sein so dann auch waffen schmiede die könnte man eventuell kann sogar hier hinsetzen wie sieht es mit wege aus das klappt ganz gut die nehme ich ist egal dann habe ich die entsprechende an knüpfungspunkte für weitere wege die ich da anknüpfen kann und so weiter andere gebäude vielleicht irgendwann mal steht egal ich mache das jetzt auch sehr eigenartig aussieht so die sollen machen oder bauen irgendwann hier eine silberdegen ganz klar ok das erstmal soweit jetzt von den bauaufträgen wir haben noch bis da kommt wieder banditen anmarschiert die dürfen sich dann aber hier mit unseren soldaten dann so ein bisschen vergnügen sehr sehr gut hervorragend so da werden weiter entsprechend die grenzen verschoben wie sieht es hier mit eventuellen rekrutierungen aus das sieht gut aus die richtung geklappt so dass wir jetzt die bereich wäre jetzt der bereich gewesen hier muss ich genau darauf gegang gucken aber die sind noch im planung die sind noch im planung die sind noch im planung aber für gilt draufgänger überlegen leichte rüstung genau genau dann nehmen wir mal hier zehn trete ich schon mal ein auch mit dem objekt aktuell noch nicht und so einsetzen können gut 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 was sagt was sagt was sagen wir denn hier zu eventuellen nein was sagen wir denn zu einer eventuellen garnisieren garnision theoretisch ja richtig die hier hin aber ihr seht jetzt selber die würden uns ja sämtliche wege zu bauen an und für sich habe ich die garnisieren ganz gerne das spricht zu viel dagegen ich brauche dringend nachschub und von den waldläufern und ich habe keine fackeln mehr das ist schlecht moment 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 wo ist jetzt wieder gerade die holzwerkstatt genau du machst man ganz flugs hier so machbar so 20 wackeln alles weiter später so da haben wir unsere netten kollegen wehrwölfe rum existieren und wie sieht es jetzt hier aus es wird eifrig gebaut jetzt ist im bau entsprechenden tages bau stellen sind im bau entschuldigung aber jetzt ihr erinnert euch an der letzten woche da waren hier ich weiß auch nicht irgendwie haben diese kleinen fliegen in meinem arbeitszimmer hier lieb gewonnen so ja sehr gut wir haben ein paar sachen jetzt hier schon mal wenigstens in die wege leiten können alles weiter muss erstmal abwarten dass ich jetzt die entsprechenden waffen und rüstungen hergestellt bekomme um die noch zu besetzenden wachtürme besetzen zu können ich muss auch noch einige wachtürme bauen und dann können wir uns hoffentlich irgendwann mal die netten kleinen wehrwölfe kümmern das machen wir alles ab der nächsten folge ich bedanke mich für euer dabei sein für eure unterstützung natürlich auch für deine unterstützung und dein dabei sein vielen lieben dank und wie immer macht's gut und nutzt und genießt die zeit und wie immer macht's gut dieses Untertitelung des ZDF, 2020